Hey, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es im Titel schon gesehen. Heute geht es um die Venue 3 bzw. 3S. Aus dem Hause Garmin vom Funktionsumfang unterscheiden sich die beiden Uhren nicht. Lediglich in der Größe, etwas in der Akkulaufzeit. Ich werde gleich aber auch noch ein kurzes Hands-on machen, die beiden Uhren da miteinander vergleichen, damit ihr besser entscheiden könnt, welches die richtige Variante für euch ist. Und dann switchen wir aber in die Einstellungen das Menü rein. Ich erkläre die Funktion, zeige euch die Einstellungen, damit ihr euch auf der Uhr schneller zurechtfindet. Denn genau dafür ist dieses Video gedacht. Ich möchte euch mit der Uhr weiterhelfen. Euch helfen, diesen kompletten Funktionsumfang zu verstehen, richtig zu nutzen, um noch einfacher mit der Uhr durchzustarten. Wenn euch dieses Video gefällt oder auch weiterhilft, dann freue ich mich immer sehr, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr mögt, natürlich auch gerne einen Kommentar. Denn so werden meine Videos mehr geschaut. Der Algorithmus sorgt dafür, dass ich etwas weiter oben gelistet werde und ich kann in Zukunft noch mehr Videos für euch produzieren. Da dieses Video erfahrungsgemäß etwas länger wird, habe ich euch in der Zeitleiste bei YouTube Sprungmarken verlinkt. So könnt ihr dann zu einzelnen Punkten springen, die euch zur Venue 3 besonders interessieren. Die 3er Variante hat 45 mm Durchmesser, die 3S 41 mm. Beide Uhren haben ein helles, strahlendes Amulett-Display, welches in drei Helligkeitsstufen eingestellt werden kann. Aber auch eine automatische Anpassung an die Umgebung bei der Displayhelligkeit ist möglich. Wir haben eine Lünette aus Edelstahl, die das Amulett-Display umgibt. Das Gehäuse besteht bei beiden Uhren aus einem robusten, festen Kunststoff. Die Uhr verfügt standardmäßig über ein Silikonarmband, was über so einen kleinen Clip auf der Unterseite einfach und schnell gewechselt werden kann. Bei der 3er Variante ist dieses 22 mm breit und bei der S-Variante 18 mm, sodass dann die S-Variante definitiv auch eher für schmalere Handgelenke gedacht und geeignet ist. Empfohlen wird die S-Variante von 110 bis 175 mm und die normale 3er Variante von 135 bis 200 mm Handgelenkumfang. Die Uhr ist nach wie vor bis 5 ATM wasserdicht, das heißt ist für das Schwimmen und natürlich auch für das Duschen geeignet. Es gibt jetzt ja auch die neue Aktivität Freiwasserschwimmen auf der Uhr. Da sich ja die Uhrengröße an sich unterscheidet, unterscheidet sich natürlich auch die Displaygröße. 1,2 Zoll mit 30,4 mm Durchmesser und 1,4 Zoll mit 35,4 mm. Eine Anzeigeauflösung von 454 x 54 Pixeln und bei der 3S sind es 390 x 390 Pixel. An der linken Gehäuse Seite der Uhr haben wir einen Lautsprecher, worüber wir Sounds ausgeben können, Musik ausgeben können, aber natürlich auch beim Telefonieren dann den Anrufer hören können. Und darunter befindet sich das kleine Mikrofon und trotz Mikrofon und Lautsprecher ist die Uhr wasserdicht. Auf der Unterseite haben wir den optischen Herzfrequenzsensor. Das ist mittlerweile die fünfte Generation. Selbst bei meiner ersten Uhr, dem Forerunner 235 von 2015, gab es schon die optische Messung. Mittlerweile aber geupdatet, 5 LEDs sollen die Sauerstoffsättigung und auch die Herzfrequenz direkt am Handgelenk bestimmen. Und ich kann schon sagen, das funktioniert tatsächlich bei der neuen Venue 3 bzw. 3S so gut wie bei bisher noch keiner anderen Sportuhr. Hier, was wir hier unten sehen, ist der Standard-Garmen-Ladeanschluss, kommt mittlerweile bei allen Uhren zum Einsatz. Bei dem mitgelieferten Kabel handelt es sich dann um ein Type-C-Kabel. Das heißt, auch hier hat Garmen dann jetzt den neuen Standard eingeführt. Bevor ich gleich einmal in das Menü hereinzwitsche, zeige ich euch erstmal die grundlegende Bedienung. Die erfolgt in erster Linie natürlich über das Touch-Display, welches wirklich hervorragend reagiert. Über das Touch-Display können wir auch durch Scrollen von links nach rechts in Menüpunkten zurückspringen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, wenn wir hier bestimmte Sachen auswählen, da auch noch etwas mehr Details zu bekommen. Über die Tasten kann man in Menüpunkten aber auch zurückspringen. Das heißt, man muss nicht unbedingt von links nach rechts scrollen, sondern hat auch die Möglichkeit, über diesen unteren Button hier in Menüpunkten zurückzuspringen oder auch wieder zur Uhrenanzeige zurückzukommen. Wir haben auf der rechten Gehäuse-Seite insgesamt drei Buttons. Der obere ist der Aktivitäts-Button. Darüber kommen wir in das Aktivitäts- oder Apps-Menü. Der mittlere Button kann frei belegt werden, sowohl bei einmaliger kurzem Drücken oder auch bei langem Drücken, was da passieren soll. Wie das funktioniert, zeige ich euch natürlich gleich dann in den Einstellungen. Das ist der sogenannte Kurzbefehl. Und der untere Button, wie gesagt, um in Menüpunkten zurückzuspringen oder auch bei langem Drücken, um in die Einstellungen der Uhr zu gelangen. Gleich, wenn ich euch die ganzen Menüpunkte zeige, präsentiere, werde ich hier die Buttons Stück für Stück bedienen. Es kann sein, dass das für euch jetzt etwas schnell geht. Insgesamt ist die Bedienung der Uhr aber sehr innovativ und einfach. Und da kommt man ziemlich schnell rein, selbst wenn man bei unterschiedlichen Garmin-Uhren hin und her wechselt. Ich habe die Uhr hier jetzt mal befestigt, dass ich euch alles etwas besser zeigen kann als am Handgelenk. Die grundlegende Bedienung hatte ich ja gerade schon erklärt. Durch Scrollen kann man verschiedene Menüpunkte aufrufen. Man kann durch Scrollen von links nach rechts auch in Menüpunkten wieder zurückspringen. Und man kann, wie gewohnt, wenn man von oben nach unten scrollt oder von unten nach oben durch die Widgets scrollen. Die Widgets sind die ganzen Daten, die von der Uhr gesammelt werden oder auch Kalenderinformationen, die direkt über die Uhr abgerufen werden können. Und je nachdem, ob man von unten nach oben oder von oben nach unten scrollt, startet man entweder ganz unten bei den Widgets oder ganz oben bei den Widgets. Und ganz oben sehen wir dann schon das Datum, den aktuellen Akkustand und wie lange die Uhr höchstwahrscheinlich noch durchhalten wird. Das sieht jetzt nicht nach besonders viel aus mit den zwei Tagen. Das liegt aber daran, dass ich Always-On aktiviert habe. Pulsoximeter-Messung und die Uhr passt sich auch an die eigenen Aktivitäten an. Das heißt, wenn man viele Aktivitäten trackt, kann die Uhr keine lange Akkulaufzeit aufweisen, weil natürlich das AMOLED-Display auch ordentlich Akku verbraucht. Ich starte jetzt aber erst mal mit den Widgets, die sich natürlich auch anpassen lassen. Das heißt, man kann einstellen, welche Widgets man an dieser Stelle angezeigt haben möchte, indem man ganz runter scrollt, auf Bearbeiten geht. Man kann aber auch noch weitere Widgets hinzufügen, wenn man unten auf das Plus geht. Und da gibt es dann noch Atmung, Challenges, die Etagen, die Flüssigkeit, der Coach, wenn man einen Trainer hat, der Health Snapshot, der neue Jetlag-Berater auf der Uhr, die Kalorien, die letzte Aktivität und dann noch individuell, zum Beispiel das letzte Krafttraining, der letzte Lauf, das letzte Schwimmen. Wenn man eine Garmin-Fahrrad leuchtet, kann man die hier rüber einstellen. Die Musik kann man hier rüber steuern. Das Pulsoximeter kann man anzeigen lassen und auch den Stress. Das heißt, da kann man das so anpassen, wie man das selber haben möchte, dieses Widget-Menü mit den Infos, die man angezeigt haben möchte. Jetzt habe ich ja einige Sachen hinzugefügt und dann hat man die dann hier auch entsprechend angezeigt in diesem Menü. Sehr übersichtlich das Ganze. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Übersicht geworden, dass man immer so zwei Punkte sich gleichzeitig anzeigen lassen kann, wenn man hier so durchscrollt. Deutlich übersichtlicher als noch in der Vergangenheit bei den Garmin-Sportuhren. Das erstmal ganz grob das Widget-Menü. Es lässt sich grundsätzlich einiges auf der Uhr anpassen. Also man kann die wirklich sehr individuell gestalten. Unter anderem kann man ganz neu die Display- bzw. die Schriftgröße verändern. Das Ganze funktioniert über die Einstellungen. Diese erreichen wir, wenn wir rechts unten den Button einmal lange drücken. Dann können wir in die Einstellungen wechseln, einmal in die Systemeinstellungen und die Anzeige-Einstellungen switchen. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, eine große Schriftart auszuwählen. Das heißt, entweder an oder aus. Und wenn man das Ganze einstellt, dann sieht man ja schon, wie sich die Schriftart im Menü verändert, wie die größer wird. Und alle, die nicht ganz so gute Augen haben, haben dann die Möglichkeit, hier diese große Schriftart einzustellen, um dann noch besser die ganzen Menüpunkte erkennen zu können. Außerdem haben wir, wenn wir schon an den Anzeige-Einstellungen sind, die Möglichkeit, die Display-Helligkeit einzustellen. Da gibt es drei Helligkeitsstufen. Und hier an der Seite ist die Einstellung für die automatische Helligkeit. Das heißt, auch das kann man einstellen, ob die Uhr das automatisch an das Umgebungslicht anpassen soll. Außerdem können wir in den Anzeige-Einstellungen auch auswählen, wie sich die Uhr verhalten soll bei der allgemeinen Nutzung, während einer Aktivität und beim Schlafen. Das ist ja nicht ganz unwichtig, weil man beim Schlafen in der Regel ja kein helles, strahlendes Display haben möchte. Das heißt, hier kann man dann einstellen, welches Display-Design man haben möchte beim Schlaf. Wenn man da Schlaf einstellt, dann ist es ein dunkles, schwarz-weiß Display, wo lediglich die Uhrzeit in der niedrigsten Helligkeitsstufe angezeigt wird. Und auch während der allgemeinen Nutzung kann man diverse Sachen anpassen und auch während einer Aktivität. Das heißt, bei diesen drei Nutzungsfeldern können wir ganz individuell anpassen, wie sich das Display dabei verhalten soll. Hier zeige ich euch einmal die Einstellung, das Zeitlimit, bis die Uhr ausgeht. Also diese Uhrenanzeige kann man einstellen. Kurz-, mittellang und besonders lang. Man kann ein Always-On-Display aktivieren. Dann wird immer eine Uhrzeit angezeigt, nach einiger Zeit aber abgedimmt. Und man kann die Gesten-Einstellung aktivieren. Das heißt, wenn das Display eingedreht wird, aktiviert sich das Display automatisch, was besonders relevant ist, wenn man das Always-On-Display nicht aktiv hat. Außerdem kann man auch die Empfindlichkeit dieser Gesten-Einstellung hier in dieser Stelle ändern und anpassen. Während einer Aktivität kann man natürlich auch alles anpassen. Das Zeitlimit, auch hier lässt sich wieder im Grunde genau das Gleiche einstellen, wie auch bei der allgemeinen Nutzung. Das heißt, wenn man nicht gerade eine Aktivität trackt. Das lässt sich hier ganz einfach im Menü bei den Anzeige-Einstellungen finden. Neben diesen Anzeige-Einstellungen haben wir aber natürlich auch die Möglichkeit, unterschiedliche Display-Designs zu aktivieren und zu ändern. Dafür gehen wir auch wieder in das Menü und finden dann ganz oben direkt den Punkt Display-Design. Bei Garmin Connect in dem IQ-Store können wir uns auch kostenlos noch andere Display-Designs herunterladen, die auch noch individualisierbar sind mit den Daten, die das jeweilige Display-Design anzeigen soll. Da gibt es so analoge Uhren, digitale Uhren. Nicht alle funktionieren perfekt. Es kann sein, dass wenn ihr bestimmte auswählt, die nicht hundertprozentig mit der Uhr kompatibel sind, selbst wenn es angezeigt wird, probiert da einfach so ein bisschen aus. Ihr werdet sicherlich ein Display-Design finden, welches euch dazu sagt, welches die Informationen anzeigt, die ihr haben wollt. Gerade die von Garmin lassen sich aber individuell auch über diesen kleinen Stift anpassen. In diesem Fall jetzt nur die Farbe, aber es gibt auch bei einigen anderen, lassen sich dann auch die Datenfelder individuell anpassen, individualisieren. Das heißt, man kann nicht nur die Farbe anpassen, sondern auch die Daten, die bei dem jeweiligen Display-Design angezeigt werden sollen. Und so kann man dann sicherlich für sich auch das perfekte Display-Design finden, welches zu einem persönlich passt, mit den Infos, die man gerne hätte. Ein Menüpunkt ist auch das Steuerungsmenü. Bei einigen Garmin-Uhren war das immer hier auf der linken Gehäuse-Seite, wenn man hier einen Button lange gedrückt hat. Das ist jetzt, wenn ihr oben den Aktivitäts-Button ganz oben lange drückt, kommt ihr in das Steuerungsmenü. Und da sind einige wichtige Funktionen angezeigt, um dann schnell Befehle bei der Uhr auszuführen. Dieses Steuerungsmenü kann auch ganz individuell angepasst werden. Hier seht ihr einmal, welche Möglichkeiten oder welche Funktionen hier da auf euch warten. Und da habt ihr die Möglichkeit, das so anzupassen, wie ihr das gerne hättet. Über das Bearbeiten könnt ihr Sachen hinzufügen und auch wieder Sachen einfach herauslöschen. Das Menü wollte ich euch nicht vorenthalten, weil es manchmal ganz praktisch ist, gerade den DND-Modus, Do-Not-Disturb-Modus ist das, zu aktivieren. Wenn man möchte, dass die Uhr einem keine Benachrichtigung anzeigt, wenn man zum Beispiel ein Nickerchen macht, kann man die Uhr einfach in den DND-Modus versetzen oder auch in den Schlaf-Modus, wenn man dieses nicht eh automatisch über das Anzeigemenü eingestellt hat. Jetzt gehe ich mit euch einmal die ganzen Widgets durch. Ich überfliege einige Sachen hier auch nur, weil das sehr umfangreich ist. Da könnt ihr dann einfach mal selber auch ein bisschen rumprobieren, ausprobieren, was die Uhr alles aufzeichnet und wie die Daten sich dort verändern und verhalten. Natürlich gehören die Schritte dazu und wenn man dann auf das jeweilige Widget draufgeht, bekommt man auch noch etwas mehr Infos, kann dann den Tagesverlauf sehen, indem man hier so durchscrollt, wie sich das Ganze verändert hat, bis dann hier in diesem Fall zum Ziel von 10.000 Schritten. Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir nach unten scrollen, die letzten Tage uns nochmal anzuschauen und mit dem Haken sieht man dann auch, wann man sein Tagesziel erreicht hat und wann nicht und die Schritte werden umgerechnet in eine Distanz und auch die lässt sich dann an dieser Stelle nochmal abrufen für die letzten Tage anhand dieser Balkenanzeige. Und so kann man für verschiedene Widgets sich auch verschiedene Infos anzeigen lassen, wie zum Beispiel für die Stockwerke, auch hier wieder das Tagesziel, wie viel man hoch, wie viel man runter gestiegen ist und so lassen sich dann die Informationen abrufen, sowohl wie auch für die Intensitätsminuten und wie viel man machen müsste, um dieses Intensitätsminutenziel erreichen zu können. Gleiches für die Kalorien. Da zählen natürlich die aktiven, durch Bewegung verbrannten Kalorien, aber auch die Ruhekalorien mit rein. Und da kann man dann sehr schön die Übersicht sehen, wie viel man aktiv und wie viel man in Ruhe hier an dieser Stelle verbrannt hat und wie sich das die ganzen letzten Tage verhalten hat. Die Flüssigkeitsaufnahme kann mit der Uhr auch getrackt werden. Da kann man angeben, wie viel man getrunken hat, um dann sein Bedürfnis, seinen Wasserhaushalt wieder aufzufüllen. Da sind unterschiedliche Behälter vorgegeben. Man kann aber auch unterschiedliche andere Sachen hier manuell eingeben. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Liter weggeext hat, lässt sich das ja auch ganz individuell einstellen, um dann sein Flüssigkeitsziel zu erreichen. Das wird auch angepasst, wenn man Aktivitäten trackt. Das heißt, da wird dann auch gezeigt, um wie viel mehr sich der Flüssigkeitsbedarf erhöht hat. Die Herzfrequenz wird ja direkt am Handgelenk gemessen. Hier kann man sich dann auch die Herzfrequenz über den ganzen Tag nochmal anschauen. Würden auch Aktivitäten dann entsprechend auftauchen, wo eine sehr hohe Herzfrequenz ist, anhand von einer farblichen Darstellung. Wenn das alles im unteren Bereich hier rumdümpelt, dann ist das natürlich alles grau hinterlegt. Aber wenn wir jetzt hier hochgehen, hätte man auch den gelben und roten Herzfrequenzbereich hier schön dargestellt. Wenn man hier nach unten scrollt, hat man die Ruheherzfrequenz der letzten sieben Tage im Durchschnitt. Die Body-Batterie wurde etwas geupdatet. Normalerweise sieht man hier oben das aktuelle Stresslevel und hier sieht man den gesamten Tagesverlauf von 0 Uhr dann mit dem Aufstehen über den gesamten Tag anhand von Balken. Die blauen Balken zeigen einem die Body-Batterie hier oben und die orangenen Balken zeigen einem, wie hoch das Stresslevel war. Und so kann man dann sehen, wie sich Stück für Stück die Body-Batterie leert. Und immer wenn hier oben so ein kleiner orangener Balken ist, wie jetzt hier bei der Body-Batterie, dann können wir da drauf gehen und dann bekommen wir weitere Infos. Hier seht ihr jetzt, dass die erfassten Daten nicht ausreichen, weil ich die Uhr jetzt einige Zeit nicht getragen habe, weil ich hier die Videos aufgenommen habe. Aber normalerweise bekommt man da dann einige Infos, die sich auch auf die Body-Batterie auswirken. Das sind die sogenannten Faktoren. Da kommt der Schlaf, die Herzfrequenzvariabilität spielt mit rein. Wenn man ein Nickerchen gemacht hat, wenn man eine Aktivität gemacht hat, sieht man hier direkt dahinter, wie sich das Ganze auf die Body-Batterie ausgewirkt hat. In meinem Fall waren es jetzt beim Schlaf 55 Punkte dazu. Maximal kann man 100 Punkte erreichen. Würde ich jetzt ein Nickerchen machen, würde das auch hier auftauchen. Und die Aktivität würde dann auch zeigen, wie viel von meiner Body-Batterie das Ganze gekostet hat. Und so hat man einen genauen Überblick, wie sich bestimmte Sachen auf die Body-Batterie auswirken. Auch der Stress lässt sich nochmal im Einzelnen anzeigen, ohne Kombination mit der Body-Batterie über den gesamten Tag. Da kann die Uhr dann auch das aktuelle Stresslevel bestimmen. Und hier sieht man nochmal anhand dieser Kreisansicht, wie sich die Body-Batterie über den Tag verhalten hat und wie stressig der Tag bisher insgesamt war. Außerdem auch hier wieder, wie sich das Ganze am jeweiligen Tag verhalten hat. Hier sieht man, der Montag war ein sehr stressiger Tag und heute der Dienstag bisher eher nicht. Der nächste Punkt ist die Herzfrequenzvariabilität. Und hier sieht man, wie ausgeglichen das Ganze ist. Man sieht hier, der Ausgangszustand sind 95 bis 123 Millisekunden. Ich habe jetzt ausbalanciert von 107 Millisekunden. Und hier fließen verschiedene Faktoren mit hinein. Zum Beispiel der Schlaf, wie der war. Oder wenn man krank ist, würde das auch hier in diesem Fall mit reinfließen. Ob man ein ausgeglichenes Aktivitäts-Schlaf-Verhältnis hat und wie sich das Ganze dann in den letzten Wochen verhalten hat. Und da kann man sehen, ob man im grünen Status ist. Und auch hier, wenn man dann wieder oben drauf drückt, sieht man, dass das Ganze ausbalanciert ist. Und dann sieht man auch, wie der Körper, wenn man jetzt zum Beispiel eine Aktivität gemacht hat, wie der Körper damit klarkommt. Wenn man natürlich immer wenig schläft, sehr viel Sport macht, nicht auf seine Ernährung achtet, viel Alkohol trinkt, würde die Uhr das höchstwahrscheinlich merken. Und dann hätte man auch nicht mehr diesen ausbalancierten Status. Und da würde einem die Uhr das dann auch empfehlen, vielleicht den Lebensstil etwas zu ändern, weniger Sport zu machen, wenn hier nicht mehr der HFV-Status auf ausbalanciert ist. Die Atmung kann man auch anzeigen lassen, wie oft man geatmet hat in der Minute im Durchschnitt. Und man hat die Möglichkeit, eine fünfminütige Atemübung hier an dieser Stelle zu starten. Die Pulsoximeter-Messung kann man einstellen, entweder ob sie über den gesamten Tag sein soll, nur beim Schlafen oder aus sein soll. Hier wird die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen. Die sollte sich immer so um die 100% bewegen. Dann ist das alles im grünen Bereich. Das funktioniert alles über den optischen Herzfrequenz-Sensor der Uhr. Außerdem wird ein Sleep-Score ermittelt. 100 Punkte können hier maximal erreicht werden. Da sagt einem die Uhr nicht nur, wie gut man geschlafen hat, sondern auch, wie lange man sich in welcher Schlafphase befunden hat, wie viel REM-Schlaf man hatte und wie viel Tief-, Leicht- und Wach-Phasen der Körper hatte. Es wird nicht immer 100% genau getrackt, kann aber schon ein grober Anhaltspunkt sein. Und auch hier kann man wieder weitere Infos abrufen über den Schlaf, um dann sein Leben entsprechend auch anhand der Schlafempfehlung hier anzupassen. Wenn man runterscrollt, hat man dann die weiteren Infos und auch nochmal den 7-Tage-Durchschnitt beim Sleep-Score. Neu hinzugekommen ist der sogenannte Schlaf-Coach. Hier sieht man, 7 Stunden 50 Minuten werden empfohlen. Das wird sich bei euch auch immer ungefähr in diesem Bereich um die 8 Stunden abspielen. Wenn man da drauf geht, sieht man weitere Faktoren. Hätte ich jetzt letzte Nacht schlecht geschlafen, würde er mir hier jetzt empfehlen, die nächste Nacht vielleicht 15 Minuten länger zu schlafen. Und wenn ich oben drauf gehe, kriegt man auch hier wieder weitere Infos. Ich habe aber jetzt schon bei einigen anderen gesehen, dass diese auch 7 Stunden 50 Minuten haben. Das scheint so das Standardding dieser Uhr zu sein. Und wenn man runterscrollt, hat man dann die Faktoren, die sich auch darauf auswirken, wie einem die Uhr dann den Schlaf empfiehlt für die folgende Nacht. Zum Beispiel das Schlafen der letzten Nacht spielt da mit rein, wie viele Aktivitäten man über den Tag getrackt hat. Auch wieder der HFV-Status, ob dieser ausgeglichen ist und ob man über den Tag vielleicht ein Nickerchen gemacht hat. Das kann sich alles dann auf das Schlafbedürfnis und auf den Schlaf-Coach auswirken. Hätte ich jetzt ein Nickerchen gemacht, kann es sein, dass die Uhr dann mir wieder nur die 7 Stunden 50 vorschlägt, auch wenn ich die Nacht vorher vielleicht schlechter geschlafen hätte. Über den Garment-Coach können wir Trainingspläne kostenlos auf die Uhr laden. Den Kalender können wir abrufen und auch Benachrichtigungen vom Smartphone, wenn dieses gekoppelt ist, wie Anrufbenachrichtigungen, E-Mail, WhatsApp, Instagram und so weiter. Wir können Wetterinformationen abrufen, auch nur bei gekoppeltem Smartphone. Aber da können wir Infos dann für auch unterschiedliche Tage uns abrufen. Und wir haben die Möglichkeit, den Health-Snapshot zu erstellen, wo dann verschiedene Körperdaten manuell gemessen werden. Und die Sachen, die ich hier jetzt noch aktiviert habe, ist zum Beispiel die Erholungszeit. Hier sagt einem die Uhr nach Aktivitäten, ob man schon wieder normal trainieren sollte oder nur eine kleine Aktivität oder gar keine Aktivität machen sollte. Und hier kann man Jetlag-Daten angeben. Das heißt, wenn eine große Reise ansteht, irgendwo hin, kann einem die Uhr hier Empfehlungen geben, um dann möglichst die Auswirkungen von dieser Reise gering zu halten. Das erstmal so ganz grob die Widgets zusammengefasst bei der Uhr mit den Daten, die die Uhr dann auch im Alltag sammelt. Wenn man das denn möchte, weil man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man sagt, ich möchte diese ganzen Daten nicht haben, ich möchte nicht, dass die Angaben gesendet werden, hat man die Möglichkeit, den Fitness-Tracker in den Einstellungen zu deaktivieren. Und dann werden die ganzen Daten nicht gesammelt. Beim Fitness-Tracker haben wir aber auch die Möglichkeit, Move IQ zu aktivieren. Das heißt, Aktivitäten werden automatisch erkannt. Sollte man sich jetzt aufs Fahrrad schwingen, ohne eine Aktivität gestartet zu haben, würde die Uhr erkennen, dass es sich um Radfahren handelt. Und in der Tagesübersicht, in der Zeitleiste des Tages, würde dann ein graues Fahrradsymbol mit einer Zeit auftauchen. Wenn es jetzt 10 Minuten war, wäre das dann 10 Minuten Fahrrad fahren. Und das würde die Uhr dann automatisch erkennen und auch in dieser Tagesübersicht darstellen. Das ist allerdings nicht zu vergleichen mit der Darstellung, wenn man eine Aktivität manuell trackt, wo deutlich mehr Daten gesammelt werden, natürlich auch die Strecke aufgezeichnet wird. Also ich empfehle eigentlich die Aktivität, wenn man sie aufzeichnen möchte, ausschließlich auch über das Aktivitätsmenü zu starten. Man hat die Möglichkeit, Aktivitäten automatisch starten zu lassen. Zum Beispiel, wenn man jetzt 10 Minuten spazieren geht, keine Aktivität gestartet hat, würde die Uhr automatisch das Aktivitätsprofil gehen starten. Und dann würde die Aktivität auch tatsächlich richtig aufgezeichnet werden mit allen Daten. Das kann man für gehen und auch für laufen einstellen, wann das Ganze passieren soll. Jetzt gehen wir kurz in die Einstellungen der Uhr hinein. Hier gibt es nämlich neben den Display-Designs auch die Möglichkeit, die Uhrenfunktionen einzustellen. Zum Beispiel Alarme für bestimmte Uhrzeiten. Wir haben die Möglichkeit, eine Stoppuhr zu starten. Wir haben die Möglichkeit, einen Timer einzustellen. Zum Beispiel ein Countdown von einer Minute oder auch einer Stunde. Und wir haben die Möglichkeit, hier die Zeiteinstellungen vorzunehmen, ob wir das 24- oder 12-Stunden-Format haben wollen und ob die Zeitquelle automatisch sein soll. und die Uhr-Synchronisierung, wenn man das Ganze dann über GPS aktiv, wenn man dann die Zeit zum Beispiel über den GPS-Sensor synchronisieren möchte. Ansonsten haben wir bei den Einstellungen noch den sogenannten Kurzbefehl. Ich hatte das am Anfang kurz angerissen. Da geht es tatsächlich um die mittlere Bedientaste. Auf dem Punkt Kurzbefehl können wir diese nämlich individuell anpassen. Da sieht man, wenn ich auf die mittlere Taste drauf tippe, das heißt einmal kurz drauf drücke, öffnet sich die Apps-Liste. Wenn ich die mittlere Taste gedrückt halte, öffnet sich die Taschenlampe. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man von links nach rechts streicht, was da passieren soll. Vom Uhrenmenü ausgehend, in diesem Fall hier, kommt jetzt dann bei mir die Herzfrequenz. Das heißt, da zeigt er dann die aktuellen Herzfrequenzdaten an. Dieser Kurzbefehl lässt sich aber individuell einstellen bei der Uhr. Das heißt, da können wir wirklich entscheiden, was wir an dieser Stelle haben möchten. Wenn wir auf die mittlere Taste tippen, haben wir die Möglichkeit, dort verschiedene Punkte hinzulegen. Vielleicht eine Funktion, die man oft braucht oder Daten, die man gerne schnell auf einen Blick abrufen möchte. Da sieht man ja, was man hier alles auf die Stelle hinpacken kann. Das ist wirklich sehr individuell. Auf die mittlere Taste habe ich persönlich jetzt die Taschenlampe gesetzt. Das sind im Grunde ja die ganzen Apps, die man jetzt hier an dieser Stelle sieht. Weil mir das Ganze entgegenkommt, wenn ich hier lange drücke, dass sich dann die Taschenlampe öffnet, die man auch in drei Helligkeitsstufen einstellen kann. Die Uhr hat aber sonst kein Licht, was irgendwie leuchtet, sondern die Taschenlampe funktioniert ausschließlich hier über das Display. Okay, drei Helligkeitsstufen gibt es da. Wenn ich auf Minus gehe, dann wird sie etwas gedimmt. Und wenn ich noch weit auf Minus gehe, schaltet sie auf rotes Licht um, was gerade in dunklen Räumen dann deutlich weniger aggressiv leuchtet. Das einmal ganz kurz so das Kurzbefehlmenü. Und dass man hier vieles individuell anpassen kann, zum Beispiel auch die Musikfunktion bietet sich ja an, auf die Stelle zu setzen. Wenn man über die Uhr direkt die Musik hören möchte, kann man einfach von links nach rechts scrollen, kommt dann direkt in das Menü hinein für die Musik. Wenn man die Uhr mit Spotify verknüpft hat, kann man hier seine Playlisten abrufen und auch die Musik direkt über die Uhr abspielen. Außerdem haben wir darunter das Menü Benachrichtigung und Alarme. Da kann man einstellen, wie einem die Uhr benachrichtigen soll. Unter anderem natürlich die Smartphone-Benachrichtigung während der Allgemeinnutzung und während einer Aktivität. Wenn man zum Beispiel während der Sportaktivität nicht gestört werden möchte, lässt sich das an dieser Stelle einstellen. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze beim Schlafen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Hier in diesem Fall aktiviert sich dann automatisch der Do Not Disturb-Modus beim Schlafen, sodass dann keine Benachrichtigung vom Smartphone auf der Uhr landen und man wirklich ungestört schlafen kann. Hier haben wir dann die Möglichkeit, das auch während der allgemeinen Nutzung einzustellen. Was passieren soll, ob die Uhr nur vibrieren soll oder ob sie auch einen Signalton von sich geben soll, wie das Ganze bei SMS oder auch bei bestimmten Apps passieren soll, wenn zum Beispiel eine Instagram-Benachrichtigung reinkommt. Mir war das Ganze mit den Apps etwas zu viel, deshalb habe ich das an dieser Stelle deaktiviert. Man kann das aber individuell an seine Bedürfnisse anpassen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, den Morgenbericht anzupassen. Der Morgenbericht ist das, was als erstes auf der Uhr angezeigt wird, nachdem man aufgestanden wird. Wir können ihn aber auch deaktivieren, wenn wir das nicht haben möchten. Und wir können einstellen, welche Daten angezeigt werden sollen in dem Morgenbericht. Das können hier die Body-Batterie, der Sleep-Score, die Kalendertermine sein, Intensitätsminuten. Man kann sich dort sehr viel anzeigen lassen in den Morgenstunden. Das ist das Erste, was die Uhr nach dem Aufstehen anzeigt. Und wenn man dann bestätigt, verschwindet dieser Morgenbericht und kann natürlich dann erst am nächsten Tag wieder abgerufen werden. Außerdem haben wir die Möglichkeit, die Fitness-Einstellungen anzupassen, unter anderem die Herzfrequenz. Ob die Uhr einem informieren soll, wenn man eine sehr hohe oder sehr niedrige Herzfrequenz hat. Das lässt sich an dieser Stelle aktivieren. Der Inaktivitätsalarm lässt sich aktivieren, deaktivieren. Das heißt, wenn man zu lange rumsitzt, kann die Uhr sagen, bewegt dich mal wieder etwas. Ein bisschen Bewegung würde dir gut tun. Und man hat die Möglichkeit, Stress-Alarme zu aktivieren während des Events oder nach dem Event, Erholungs-Alarme und die Tagesübersicht. Die Tagesübersicht wird einem am Ende eines Tages zwei Stunden vor dem Schlaf angezeigt. Da sagt einem die Uhr dann, wie der Tag war, ob es ein ruhiger oder anstrengender Tag war. Und gibt einem dann Empfehlung, wie man den Tag optimalerweise ausklingen lassen könnte. Außerdem haben wir die sogenannten Ziele. Das sind dann die Ziele, die Schrittziele, die Stockwerkziele oder auch die Intensitätsminuten. Und an dieser Stelle haben wir dann auch die Möglichkeit, die Jetlag-Einstellungen vorzunehmen. Der nächste Punkt sind die Uhr-Sensoren. Denn die Uhr hat natürlich die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen Sensoren zu koppeln. Wir können aber auch die verbauten Sensoren an dieser Stelle anpassen und ändern. Dazu gehört die Herzfrequenz am Handgelenk, ob diese automatisch erfasst oder gar nicht erfasst werden soll. Und wir haben die Möglichkeit, die Herzfrequenz an andere Geräte, zum Beispiel an einen Fahrradtrainer oder an eine andere App, zu senden. Ob die Herzfrequenz beim Schwimmen aktiviert werden soll. Wie die Pulsoximeter-Messung stattfinden soll. Ob es überhaupt stattfinden soll oder nur beim Schlafen. Das lässt sich auch individuell anpassen. Wie der Kompass eingestellt werden soll. Also die Kalibrierung des Kompass und das Barometer können wir auch an dieser Stelle entweder über GPS oder manuell anpassen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, verschiedenes Zubehör mit der Uhr zu koppeln. Herzfrequenz-Sensoren und auch neue Leistungsmesser können jetzt mit der Uhr gekoppelt werden. Und noch viele weitere. Sieht man hier schon, dass die schon gesucht werden. Außerdem natürlich so die Standardsensoren, die es von Garmin gibt. Da sieht man ja, was alles dazu gehört. Herzfrequenz, Kopfhörer, verschiedene Leuchten von Garmin, die Leistungssensoren, Radarsensoren, Laufsensoren und und und. Das alles lässt sich mit der Uhr koppeln. Man kann auch einfach die automatische Erkennung aktivieren und dann erkennt die Uhr im Optimalfall die passenden Sensoren. Musik-Funktionen lassen sich auch auf der Uhr einstellen. Musik heißt, wir können, wenn wir einen Premium-Account bei Spotify, Deezer, Amazon Music haben, können wir das an dieser Stelle einstellen. Man muss das Ganze dann mit der App koppeln, verknüpfen und dann können wir Playlisten direkt auf die Uhr laden. 8 GB stehen, glaube ich, insgesamt Speicher zur Verfügung. Nicht ausschließlich für die Musik. Da fließt alles rein, was irgendwie auf der Uhr drauf ist. Das heißt, für die Musik hat man am Ende natürlich etwas weniger Speicher, aber so kann man dann Offline-Playlisten auf die Uhr laden, direkt über die Uhr abspielen. Oder auch über Bluetooth-Kopfhörer kann man die Musik dann abspielen, ohne dass man sein Smartphone beim Sport dabei haben muss. Das heißt, man kann unabhängig nur mit der Uhr, vorausgesetzt Teil dieser Premium-Account, die Musik hören. Außerdem hat man die Möglichkeit, Ansagen sich machen zu lassen, zum Beispiel während einer Aktivität, wenn eine Runde ist, wenn die Herzfrequenz in bestimmte Bereiche kommt oder man eine bestimmte Leistung erreicht hat beim Radfahren, kann einen die Uhr in diesem Fall aktiv irgendwie darauf hinweisen. Und da sieht man ja auch, dass sich da auch Deutsch-Altsprache einstellen lässt. Außerdem kann man das Benutzerprofil anpassen. Dabei kann man seine VO2 Max sehen, wie sich diese angepasst hat, wie sich diese verändert hat, das aktuelle Fitnessalter, das Geburtsdatum, die Größe, das Gewicht und an welchem Handgelenk man die Uhr trägt. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist der Rollstuhl-Modus. Das heißt, wenn man im Rollstuhl sitzt, kann man dann die Rollstuhl-Schübe tracken, was vorher nicht möglich war. Das heißt, man hatte im Grunde keine Schritte. Jetzt kann man die Uhr in den Rollstuhl-Modus versetzen und hat dann auch die Möglichkeit, dieses mit der Uhr zu tracken. Und dann kann man auch dort dann seine Aktivität anzeigen. Die Schlafenszeiten können hier angepasst werden. Dort stellt man ein, wann man in der Regel ins Bett geht. Das muss gar nicht hundertprozentig immer hier die richtige Zeit sein, wann man ins Bett geht, weil die Uhr erkennt den Schlaf automatisch. Hier geht es eigentlich nur darum, dass die Uhr ab diesem Zeitpunkt im Schlaf-Modus ist und dann ein anderes Display-Design hat und zum Beispiel den DND-Modus aktiv wird hat. Außerdem haben wir hier die Herzfrequenzeinstellungen, das heißt die maximale Herzfrequenz und in welchen Herzfrequenzbereichen sich das Ganze befindet. Wir können das Ganze manuell anpassen, aber die Uhr kann das Ganze auch individuell anhand des Alters und der ganzen Aktivitäten individuell anpassen. Außerdem haben wir Sicherheit und Tracking. Da kann man einen Unfallkontakt hinterlegen, der zum Beispiel bei einem Sturz benachrichtigt wird. Man muss den allerdings aktiv auswählen und der würde dann eine Nachricht kriegen, wenn ein Smartphone gekoppelt ist, weil hier haben wir jetzt ja keine integrierte SIM-Karte bei der Uhr. Das heißt, mit beigekoppeltem Smartphone könnte einem dann der Kontakt einfach finden, weil der Standort automatisch übermittelt wird. Fitness-Tracker bin ich eben schon darauf eingegangen und dann gibt es nur noch die System-Einstellungen. Dort die Anzeige-Einstellungen, die Toneinstellungen, ob Tastentöne aktiv sein sollen, wie stark die Vibration ist. Was ich noch spannend finde, ist der Batterie-Manager. Dort kann man einen Energiesparmodus aktivieren. Die Uhr wird einem aber auch, wenn sich der Akku dem Ende neigt, automatisch darauf hinweisen. Die Akkulaufzeit in Prozent. Die erweiterte Akkulaufzeitanzeige kann hier aktiviert werden. Das ist genau das, was man sieht, wenn man wieder zurückgeht. Da sieht man nämlich dann hier oben, dass die Uhr höchstwahrscheinlich nur noch zwei Tage durchhalten wird. Außerdem kann man hier die Konnektivität einstellen. Das heißt, man kann die Uhr mit WLAN koppeln, aber auch mit seinem Smartphone, um dann die Daten in die Garmin Connect App zu übertragen oder auch Benachrichtigungen vom Smartphone zu erhalten. Wir haben die Möglichkeit, das Format einzustellen, ob wir metrische Daten haben wollen, welche Daten wir wie angezeigt haben wollen. Das heißt, das ist alles individuell anpassbar. Wir haben die Möglichkeit, die Datenaufzeichnung auf intelligent oder eine Sekunde anzupassen. Das hat Auswirkungen auf die Genauigkeit des GPS-Sensors. Wir haben die Möglichkeit, eine automatische Displaysperre zu aktivieren. Und wir haben die Möglichkeit, das Software-Update hier manuell anzustoßen, wenn es nicht automatisch passiert, die Uhr zurückzusetzen. Und auch Infos über die aktuelle Geräte-Version über die Uhr hier an dieser Stelle abzurufen. Das sind im Grunde die gesamten Einstellungen der Garmin Venue 3 bzw. der Venue 3S. Jetzt kommen wir zu dem Sport- bzw. Aktivitätsmenü. Dieses können wir aufrufen, wenn wir ganz oben rechts die Taste drücken. Da haben wir jetzt nämlich zwei Reiter, unter anderem Aktivitäten und aber auch die Apps. Auf das App-Menü muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr im Detail eingehen. Da haben wir die Möglichkeit, verschiedene Apps abzurufen, wie zum Beispiel Garmin Pay, wo man dann über die Uhr bezahlen kann. Die Telefonfunktion, wo man über die Uhr telefonieren kann. Entweder man wählt so direkt eine Nummer oder kann dann hier auch Kontakte auswählen, die man kontaktieren möchte. Und so kann man dann direkt über die Uhr auch den Anrufer, die Person, die man anrufen möchte, auswählen. Die Uhr benachrichtet einen aber auch bei Anrufen und man kann dann über die Uhr direkt telefonieren. Die Taschenlampe bin ich eben schon darauf eingegangen. Die unterschiedlichen Alarme, die Timer, Stoppuhr, auch das kann man alles hier an dieser Stelle abrufen. Den Sprachassistenten, also die ganzen Apps, sieht man hier an dieser Stelle und auch das App-Menü lässt sich individuell anpassen mit den Daten, die man an dieser Stelle angezeigt haben möchte. Garmin hat das ganz gut gelöst, weil in der Vergangenheit waren die Apps und die Aktivitäten teilweise gemischt. Jetzt hat man das über einen extra Reiter hier voneinander getrennt, was sinnvoll ist, was richtig ist und hier auch mit diesem Reiter oben sehr einfach und gut gelöst wurde. Das Aktivitätsmenü umfasst im Grunde alle Aktivitäten, die man ausgewählt hat. Man kann dort aber auch immer wieder Aktivitäten hinzufügen oder rauslöschen. Und während ich hier so durchscrolle, seht ihr vielleicht, wie vielfältig die Venue-Serie ist. Die umfasst nämlich sehr, sehr viele Sportarten. Natürlich so Standardsachen wie Laufen, Radfahren, Indoor-Radfahren, aber auch neue Sachen wie das Handbike, Indoor, Outdoor, Schwimmbad schwimmen, Freiwasserschwimmen kann endlich getrackt werden. Krafttraining, wo die Sätze getrackt werden können, wo man aber auch die Möglichkeit hat, Trainings hinzuzufügen. HIT-Training, Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Wassersportarten wie Rudern, Stand-Up-Paddling, Golfspielen, wo man Golfplätze auf die Uhr laden kann. Wintersportarten wie Skifahren, Snowboarden, Langlauf und die Möglichkeit, Meditationsübungen zu machen. Das heißt, da macht man dann Atemübungen und wir haben die Möglichkeit, auch Drittanbieter-Apps wie zum Beispiel Komod hier auf der Uhr hinzuzufügen. Das Ganze über den Connect IQ Store. Dieses ganze Aktivitätsmenü, wo man die ganzen Aktivitäten findet, kann individuell angepasst werden. Man kann Aktivitäten herauslöschen und hinzufügen, indem man auf das kleine Plus geht. Und da sieht man hier dann ja noch weitere Sachen, wo dann auch sehr außergewöhnliche Sachen wie Disc-Golf zu finden sind, Gaming, Hallenbahn, das Handbiking, was ich eben schon angesprochen habe, Indoor gehen, Laufband laufen, Navigieren, Pilates, Schneeschuhwandern, Tennis, Yoga. Und da sieht man, was diese Uhr alles bietet und wie vielfältig die Venue 3 bzw. 3S an diesem Punkt ist. Das Schöne ist, die ganzen Aktivitätsprofile lassen sich nochmal individuell anpassen. Das heißt, die kann man individuell an seine Bedürfnisse anpassen. Ich zeige das mal anhand vom Laufen. Wenn ich da jetzt reingehe, sieht man erstmal oben das kleine Männchen. Er wartet jetzt auf GPS. Man sieht hier unten, dass er eine Herzfrequenz sucht und dass die Uhr mit dem Telefon gekoppelt ist. Wenn wir jetzt aber hochscrollen, haben wir die Möglichkeit, Trainings abzurufen, die wir auf die Uhr geladen haben. Das ist hier zum Beispiel so Standardsachen, die immer auf der Uhr vorinstalliert sind, so 400 Meter Intervalle laufen gehen. Man kann aber auch eigene Trainings erstellen. Und wir haben die Möglichkeit, Intervalle direkt auf der Uhr einzustellen, was vorher auch nicht möglich war bei der Venue-Serie. Zum Beispiel 400 Meter Intervalle kann man sich ganz individuell dann in diesem Fall anpassen, ändern. Wie viel Pause man zwischen den Intervallen machen muss, das musste man vorher aufwendig über die App machen. Jetzt kann man gerade auch Intervalltraining ganz einfach direkt mit der Uhr hier einstellen, mit den Pausezeiten, mit den Distanzen, wie viele Wiederholungen, ob ein Warm-up dabei sein soll. Was schon eine riesige Erleichterung ist, gerade wenn man das Ganze schnell und spontan ändern möchte. Außerdem haben wir die Möglichkeit, Einstellungen für die jeweilige Sportart vorzunehmen. Zu den Einstellungen zählen unter anderem die Datenseiten, die während einer Aktivität angezeigt werden. Datenseiten sind die Daten, die man während der Aktivität sieht, auf unterschiedlichen Seiten. Hier sieht man ja, bis zu drei Seiten können angezeigt werden, mit jeweils vier Datenfeldern. Dort lassen sich die Datenfelder individuell anpassen. Dessen Datenfelder sind in diesem Fall jetzt der Timer, die Distanz, Pace und Herzfrequenz. Und da kann man einstellen, wie viel Daten man auf einer Seite haben möchte. Bis zu vier sind maximal möglich. Bei drei Seiten macht das maximal zwölf Daten, die man sich während einer Aktivität anzeigen lassen kann. Was schon ziemlich viel ist, wenn man nur ein Datenfeld hat, sieht das so aus, bei zwei, drei und vier. Ich habe meistens diese vier, weil dann habe ich auf einen Blick vier Datenfelder, die ich komplett individuell anpassen kann. Wenn man zum Beispiel oben nicht den Timer haben möchte, geht man dort einfach drauf, packt zum Beispiel Geschwindigkeitsfelder dorthin, Durchschnittsgeschwindigkeit und so lässt sich jedes Datenfeld ganz individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen, was es so auch bei keiner anderen Sportuhr gibt und was die Uhren so vielfältig macht. Und das funktioniert nicht nur für das Laufen, sondern auch für alle anderen Sportarten. Außerdem kann man während der Aktivität Alarme hinzufügen. Das können Herzfrequenzalarme, Kalorienalarme, Zeitalarme, Distanzalarme und, und, und sein. Und wir haben die Möglichkeit, automatische Runden zu tracken, eine Autopause zu aktivieren. Das heißt, wenn man stehen bleibt, wechselt die Uhr automatisch in einen Pause-Modus. Wir haben die Möglichkeit, Autoseitenwechsel zu aktivieren. Da geht es darum, dass durch die unterschiedlichen Datenseiten hindurchgescrollt wird automatisch. Wir haben die Möglichkeit, die Farbgebung zu ändern. In diesem Fall war sie jetzt ja rot. Dann ändert sich auch die Farbe des kleinen Männchens auf dieser Übersichtseite. Und wir haben die Möglichkeit, einzustellen, welche GPS-Systeme genutzt werden sollen. Das natürlich nur bei Aktivitäten, die irgendwie auch draußen getrackt werden. Wir können alle Systeme einstellen. Wir können aber auch einstellen, wenn zum Beispiel nur GPS oder nur GLONASS genutzt werden soll, was dann eine etwas bessere Akkulaufzeit verspricht. Das heißt, wir können individuell einstellen, wie die Uhr die Daten tracken soll, was angezeigt werden soll, was die ganzen Sporteinstellungen sehr vielfältig macht. Bei bestimmten Sportarten hat man dann natürlich noch bestimmte Unterpunkte. Zum Beispiel beim Schwimmbad schwimmen werden die Bahnen automatisch getrackt, wenn man die Poolgröße einstellt. Man hat die Möglichkeit, beim Bouldern bestimmte Bewertungssysteme einzustellen. Alle die Bouldern werden sich damit höchstwahrscheinlich auskennen. Wir haben die Möglichkeit, beim Krafttraining Sätze zu tracken, können aber natürlich auch frei trainieren, haben die Möglichkeit, Trainings abzurufen, direkt auf der Uhr anzeigen zu lassen mit verschiedenen Übungen, die uns auch angezeigt werden und welche Muskelgruppen diese Übungen trainieren. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Und so bietet die Uhr gerade in der Hinsicht der Sportmöglichkeiten schon sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten und lässt in dieser Hinsicht auch keinerlei Wünsche offen. Weil die Sportprofile alle so individuell sind, wie beim Stand-Up Paddling, dann wird die Schlagzahl angezeigt, die Distanz pro Schlag und, und, und. Das heißt, da bietet Garmin schon mit das Beste, was es zurzeit auf dem Markt gibt, sodass die Uhr in dieser Hinsicht richtig viel Spaß macht und so, dass eigentlich keiner eine Funktion an dieser Stelle vermissen dürfte. Solltet ihr aber zu den Aktivitäten oder zu den Einstellungen der einzelnen Sportprofile irgendwelche Fragen haben, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren einfach fragen. Ich gehe dann gerne auf eure Fragen ein. Wenn ihr bestimmte Einstellungen nicht findet oder nicht wisst, wie bestimmte Sachen funktionieren, helfe ich euch da gerne weiter. Man sieht aber ja hier, wie komplex das Ganze ist und wie viele individuelle Einstellmöglichkeiten die Uhr hier bietet. Das macht schon richtig viel Spaß, sich da ein bisschen reinzuarbeiten und dann für seine Sportart die optimale Einstellung zu finden. Jetzt abschließend zeige ich euch noch ganz kurz die Garmin Connect App, wo die ganzen Daten der Uhr zusammenlaufen. Ich möchte hier jetzt auch gar nicht im Detail darauf eingehen. Zur App selber habe ich nämlich schon ein Video gemacht. Das soll nur noch ganz kurz hier jetzt für euch einmal zur Orientierung sein, dass ihr das Ganze einmal gesehen habt, weil die App auch sehr umfangreich ist, weil wirklich alle Daten in dieser App zusammenlaufen. Hier oben im Kreis sieht man dann die jeweils gekoppelte Uhr. Dort kann man auf die Venue 3 gehen und hier findet man dann auch sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten, die man hier in der App deutlich übersichtlicher findet als auf der Uhr. Das heißt, hier findet man viel schneller auch die Einstellmöglichkeit, die man sieht. Wir haben unter anderem die Möglichkeit, die Aktivitäten komplett zu bearbeiten, die Datenfelder zu bearbeiten, was sonst sehr aufwendig auf der Uhr ist. funktioniert in der App doch deutlich einfacher und wenn man jetzt hier runter die Menüpunkte sich anschaut, dann sieht man auch, dass viele Menüpunkte in der App auftauchen, die man natürlich auch auf der Uhr findet, wo das Ganze aber natürlich viel länger gesucht werden muss. Am Anfang lässt sich die Uhr auch in der App einfach einrichten. Da empfiehlt einem Garmin auch bestimmte Punkte durchzuführen, um den vollen Funktionsumfang der Uhr nutzen zu können. Dazu zählt unter anderem das Einrichten von Garmin Pay oder auch das Einrichten der Musikfunktion. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz eine Funktion mit den Trainings. Die könnt ihr nämlich hier an dieser Stelle in der App einfach herunterladen. Da gibt es unterschiedliche Trainings. Man sieht, da sind ganz viele auch von Garmin vorgegeben, die man einfach herunterladen kann. Man kann die sich an dieser Stelle anschauen und dann natürlich auch auf die Uhr übertragen, indem man einfach hier oben auf die jeweilige Uhr an das Gerät senden klickt und dann sieht man, die Venue 3 ist verbunden, geht da einmal drauf und dann wird das Training mit der nächsten Synchronisation direkt auf die Uhr geladen und ist dann auch entsprechend dann unter der jeweiligen Aktivität abrufbar. So hat man dann die Möglichkeit, Trainings schnell und einfach zu erstellen und auch vorhandene Trainings auf die Uhr zu laden. Die App wirkt am Anfang immer sehr unübersichtlich. Wenn man sich da aber mal reingearbeitet hat, dann lernt man die App richtig kennen, lernt sie auch zu lieben und auch die Daten. Wenn man zum Beispiel hier das jetzt mit den Schritten nimmt, kann man sich nämlich sehr viele Daten anschauen, nämlich nicht nur von diesem Jahr, sondern auch von anderen Jahren, die Jahre miteinander vergleichen, die Distanz vergleichen von diesem Jahr, vom letzten Jahr und eigentlich von allen Jahren, wo man dann die Garmin-Uhr getragen hat. Und das ist schon ganz spannend, wie sich die Daten unterscheiden. Auch kombiniert dann mit den Lebensabschnitten, die man so hatte, als ich sehr aktiv war, sehr viel gelaufen, gewandert bin, hatte ich natürlich deutlich mehr Schritte. Ich kann hier jetzt sehr weit zurückgehen bis zum Jahr 2016. Seitdem trage ich nämlich durchweg eine Garmin-Uhr am Handgelenk. Und so kann man auch für ältere Daten noch sehen, wie aktiv man den jeweiligen Monat war, wie viele Schritte man zurückgelegt hat, aber natürlich auch, wie viele Laufkilometer man zurückgelegt hat. Das ist schon eine richtig coole App. Vor allem, wenn man jetzt viele Jahre die Garmin-Uhr am Handgelenk hatte, fällt es auch schwer, natürlich das System wieder zu wechseln auf einen anderen Anbieter, weil hier halt schon so viele Daten hinterlegt sind. Das war jetzt das ausführliche Einstellungs- und Menü-Video zur Venue bzw. Venue 3S. Wenn ich euch mit diesem Video etwas weiterhelfen konnte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo, wenn ihr an Sport, Sport-Events und natürlich Sport-Uhr-Interesse habt. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche ganz viel Spaß beim Sport machen.